Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, bei dieser Ausgabe haben wir mal wieder die geballte sportliche Frauenpower am Start. Die Volleyballerinnen des TV-Jahren Walzrode werden euch jetzt zeigen, wie sie fit durch diesen Winter kommt. Ich trainiere die Volleyball-Damen von Walzrode. Meine Mannschaft trifft sich per Zoom zweimal die Woche, um zu trainieren und in Kontakt zu bleiben. Wir haben euch zwei Übungen mitgebracht, die man im Haus oder im Freien durchführen kann. Sie eignen sich auch dazu, mit der ganzen Familie zu trainieren. Viel Spaß und Kinder, zeigt den Großen, was sie können. Die Volleyballerinnen des TV-Jahren Walzrode